Nun, mit ein paar Jahren Abstand, Herr Maaßen, stellt sich die Frage an Sie. War es ein Fehler, dass Sie während Ihrer Zeit als Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz nicht stärker gegen die AfD vorgegangen sind? Oder ist es ein Fehler, dass Herr Haldenwang dies in der Zeit danach getan hat? Also ich bin der festen Überzeugung, der Verfassungsschutz sollte keine Parteien in Deutschland beobachten. Das macht eigentlich keinen Inlandsgeheimdienst Europas, vielleicht noch mit Ausnahme des österreichischen Dienstes. Aber ansonsten ist die Beobachtung von Parteien, die zugelassen sind, grundsätzlich nicht Sache eines Inlandsgeheimdienstes. Und dazu stehe ich und ich habe seinerzeit auch die Beobachtung der Partei Die Linken abgeschaltet. Sie ist nicht weiter beobachtet worden, nicht weil das keine extremistische Partei war, sondern weil ich und wir damals mit Innenminister Friedrich entschieden hatten, wir müssen Prioritäten setzen. Terrorismusbekämpfung, Spionagebekämpfung ist wichtiger als die Beobachtung von politischen Parteien. Ich stehe heute noch dazu und halte es nicht für richtig, dass politische Parteien, wie zum Beispiel die AfD, beobachtet werden. Ich stehe heute noch dazu und halte es nicht für die Beobachtung von politischen Parteien. Ich stehe heute noch dazu und halte es nicht für die Beobachtung von politischen Parteien. Ich stehe heute noch dazu und halte es nicht für die Beobachtung von politischen Parteien.